ich kann damit zu einem weiteren Let's Play wir reden durcheinander, super ich würde eigentlich gerade fragen, wer die Moderation machen will, aber hat sich jetzt mal den ok wir sind Kevin als Ezreal und Delo als Kart 6 jetzt komm ich! Hallo! ich spiele Lux Knuffelhof ähm spielt Taric und Kampfpappe spielt Leona ja ja, dann haben wir jetzt alle durch best Moderation ever tja so, der spannende Teil des Spiels gerade Bildschirm Simulator 2013 jetzt wird gegift ach ja ja also irgendwie sollten wir demnächst die Aufnahmen erst ingame starten warum? naja dann hast du, wenn du hier so Leute hast mit Holz-PC wie Zett meinetwegen ja und hallo, wir haben doch so eine kann man auch schneiden, mutische Stimme, die will jeder hören so lange wie möglich ja ja K. K. wow wozu es war so ist 02 3 es geht schon los da leute wo ich Sorge überlegt, dass das er der Wettbewerb Elke Wien ich bin unterwegs mit 8 bis heute unterwegs es hätte gerne als erstes erstes Geld wird jetzt in der Nähe erstens gehen gibt es weiter wenn er fangen die sich kein Problem wie das kannst du nicht lernen abwalt dass wir halt nun mit dem an meinen meinen Tee kann ich nur nicht lernen ein Tief das nicht schön wenn ihr ernsthaft was ist es dann ja oder hier jetzt ist es dann die Böckxen stand vor allem jetzt erst mal mit an der Selle die Hens die 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 auch klar war die Städte und die Kinder bis weiter ich bin nicht in den Tüchst du kannst so das ist so geht die Einrichtung das ist ein paar Jahre der Koffer aber es ist aus wie eine Bitch die nicht gut bezahlt wurde nein das ist ja so mag ich kann sich nicht leichter das ist ja was ich meine in so einer Videothek komm ich kann sich an ich kann sich jetzt an Oh ja! Da muss ich mich umdrehen. Ja, dreht dich mal den Turm. Warte, warte, warte. Bleib stehen. Und jetzt... Aha, aha! Okay! Oha, Goldiona will uns hauen! Gekümmt! Ah! Lass ihn mal auslachen! die Führung eröffnet in deinem Feld eigentlich ist er in die ich gehe schon mal fahren ach weil was wird in der Mitte in der Nähe der Unterricht er will nur haben wir auch klachten mit der Begriff jetzt real jetzt real so Talon der Orte wir verlieren hier zufrieden ist weg von daher kann ich nicht ganz versprechen ein erster Ort die Steine das ist auch geil dass er sich immer so hauen lässt auch ihn ein Geld und manche mal geht die Stadt wird es will weil ich bin ich der Stühle er hat zwei erster ich bin einster die Kerlin Kevin Kevin supportet mich dazu wird das auch nicht in deinem Fäß von der Selle der 2 soll der Mist I don't know wenn ein Feld Ege und Kehrer ein Däremchen einer als er setzt auch eine Wortreibe er darf weiter ich habe meine Wort mit In deinem Face Tötet es, tötet es Bevor es Eier legt Es geht mir grad voll auf den Sack, dass der da unten im Busch hockt Ich hock mich jetzt in den Busch Bist du damit einverstanden? Okay Ich darf das ja nicht von dir In deinem Face Boah Leute, ich geh jetzt mal eben weg und dann irgendwo ganken Ja komm mal, Bot LOL Oh fuck Nein, das ist meine Tatsache Bist du dabei, bist du dabei, sind wir dabei Bei uns zu spielen Hey, der nur hat Gott gewollt Du auch, und du bist gleich tot Attacke Attacke Das war's kill Das ist der Unterschied Komm Das war geil, das hatte echt was Wir morgen gewusst, ja Wir sind verdammte Flasche Kann ich sein, kann ich sein Wer ist eine Flasche Mach die denn da unten Mach die denn da unten Ach so, der spielt, das ist ein Blue-Ace-Trail Das kann witzig werden für dich übrigens Was? Ach egal Der spielt eine AP hauptsächlich Also der spielt so, wahrscheinlich auf dem Müll Ja, das ist böse grade Ja, wenn du auf die Brüche spielst Ja, schade Schade, macht voll schade Ja, voll schade Ja, voll schade Das ist macht echt schade Schade und so Sonnenborn, Industriestraße Was geht bei dir, wenn die alle hier keine Werbung machen, ja? Hallo? Was nennt sich Schleichwerbung? Mach der hier, was mach der hier? Mach der hier, was mach der hier? Party hart Ach so, ich dachte, was mir blöd ist In dein face Oh, in mein face Hey, der will Party hart Du, ich hab wenig Mana, fast Äh Oder keine Mana eigentlich Ich hab einfach, warum ich nicht erwischt hab Was seh, 21 da ist Die ist Teil 31 Oh, scheiße Das war schlecht Ach du Ich hab keinen Mana, ich kann nicht in Käse Okay, das war richtig schlecht Ey, ich hab keine Mana mehr Ich hab keine Mana mehr Das ist alles Ich hab keine Mana mehr Das war mal da, da durch Echt? Ich hab keine Mana mehr Ich hab keine Mana mehr Ey, das war meine passive Kriege ich kriege ich allerdings wieder Da hab ich dir doch grad erzählt Loll Loll Oh, Alter, ich wollte mich gerade weg Läuft ja fast, gute Mal Alkast und da weg springt Pfeiler Ja, fast Ach, kotst mich dich die Nupst an das ist doch schon fast gut aber leider schlecht ich hab am Anfang gesagt es wird jedenfalls schwierig Topo Entschuldigung Hättest du was gesagt, dann wäre ich hochgegangen und hätte die Gewicke und mit Teric ich stun die einfach mal so zwischendurch aus Spaß ne um die DETE 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 komm ich mach mal nicht mehr das ist doof mit meiner Ulti Gang Traumhaft Traumhaft weil halt nichts damit schüler mir zurück ich hab vorher er lassen mich nicht alleine da nicht warum kommst du jetzt von unten? oh geil komm drauf da Das ist doch geil, wenn er von unten kommt. Ist doch geil, wenn er von unten kommt. Okay, das wird jetzt ein wenig zu privat. Willi mal. Wie war das? I don't care. Okay. Ich hab nicht genug. Mana, Mana, Mana. Mana, Mana. Mana, Mana. Weisbrüch. Mirko, was willst du mir jetzt? Nikola Strichert. Du tötest jetzt gerade nicht dran. Du kommst dran, Alter! Nolo hat mich einfach blockiert. Boah, uwe. Du bist auch schon das meiste Mal tot. Ich bin das erste Mal tot, aber okay. Ich gehe das eine Mal bis zu nur fast gestorben. So. Ah, fast da, wo wir jetzt keine hochkommen. Amo ist bei dir oben, die so. Ich bin zum Blue-Harm. Ich kämpfe jetzt hinter dem scheiß Tor. Da, ich bin Blue-Harm. Hier, hier, hier. Ich bin Blue-Harm. ... Warum kommt Du? ... ... ... ... ... ... ... ... ich habe noch einmal aber es ist immer noch nicht an und die das ist die oder ich glaube ich habe das der Karte die Städte der Szenen ja wohl hat weiter den beim ähm es hält sich die schaden krank hier joshie äh zehn sekunden mit sich scharfen nein fünf sekunden ich muss noch mal das dauert lang eben jetzt gerade weil du Leben und weil du ein halbes Leben hat das habe ich noch ausgehauen sonst wärst du schon längst tot ist hier klar das halte ich in ein Geräusch ja dann äh älter nach oben und für die St was liebste kompetent weil ihr wohl immer mehr wurde nicht im Blumen ich würde auch nicht behaupten kommt er ich ohne euch alle weg was wird endlich gegen mich tun der Türi dann überhaupt noch die zu lange in den Weg bis zu alter aber zu er sprich hat euch die Anwälte der Rucke 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 Mitte ist mit Olo Tari Goldschild und er hat mich gar nicht doch mal schon fünf und er hat mich eigentlich jetzt hat er gesagt er ist nicht da aber ich höre nicht auf mich nur dann nicht überraschend ja war ein bisschen denn jetzt ein bisschen der mitsch er fängt auch noch mit dem forstherrm an alter Schwäge für Tichter hilft ihm nicht tut alles nur nicht krasser Scheiß den kriegst du auch noch kommt Ulti wo sind oben Dein T-Skill, Dein T-Skill da hat er das kann auch cool dauern der Jungs auch noch in die Mitte da kommen drei Leute in die Mitte was kommt ich glaube ich bin der Jungs die sind, die wollen die von der Seite kommen einfach nur der Kaelin kommt durch den Jungle hier nach oben boah ja komm halt immer noch so ein es war nicht wo sind die jetzt irgendwie war das richtig scheiße grad du hast keinen hetzigen LastHit bekommen von fünf Stück oder so unten ist immer noch Mist okay es wird es wieder da es wird in da es wird in da hey es ich bin da nicht hinterher scheiße scheiße oh scheiße oh 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 okay jetzt kann ich dann mehr der Robocot ist so angegangen pfff lustig die eigentlich sag mal der ich bin voll auf AP guck dir das mal an er der Drecksack der wäre kein Problem wenn er auf AP spielen würde so bewusst dass er wenn er auf AP spielt am Anfang macht er mehr Schaden im Late Game nur nicht springt er einfach aus meiner Ulti raus so läuft das hier der Kuhmann noch gar nicht so wenig Schaden ja, wir können alle weiß, machen die ein bisschen mehr das ist meiner boah, Alter stinkst du bis nach Magie was, wer stinkt nach Magie das ist ein Insider ich kenne ihn nicht was, ich hab dich gerade nicht verstanden ja, ich hab auch gerade gelangt ok, deswegen könnte daran liegen, ja nein wie kann man so scheiße viel Lack haben wie kann man so viel Lack haben die ganze Zeit durchgehen in einer scheiß Sekunde out of mana dass die beiden Schwuchtel da oben campen permanent die scheiß Puzzle Alter, 0-3-0 so schlecht war ich noch nie mit dem hässlichen Typen mit diesem Insekt mit diesem Insekt so deutlich zu sagen oh ich hänge ich hab mich noch nicht ich hab mich noch nicht einfach nur der für das Toad wo ist der Bein? naja, das Spiel ist sowieso verloren hey immer einfach die Aufnahme gib ihm einen richtig fetten Arsch und schmeiß ihn in den Müllehammer Gänse! Oho! Beim nächsten Mal können wir seine Moderation machen! Go Yoshi! Jaaa! Alter, Painter! Das ist scheiße! Nee, komm, komm, nimm den Busch! Sag mal, campst du eigentlich nur noch auf der Top? Wer? Du flasht es, ey! Ja, richtig! Ich camp nur noch auf der Top! Ja, so muss das! Was ist das denn? Ey, ich kann, ey! Wer, wer nimmt auf von euch? Einer! Ich, weiß nicht! Arthur! Ich kann auch aufnehmen, Arthur! Ja, darfst aber nicht! Du kannst auch was in deinen Hintern stecken! Nächstes Mal! Gern! Wie, machst du danach nicht nur eins? Bitte? Machst du danach nicht nur eins? Nein! Ich glaube, können wir auch heute gehen! Komm, komm, runter! Komm, du Blitzer! Jawoll! Alter, ein Grimmaruno! We, 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 we! Toll, das Amumu ist! Moment! Schnell hinter den Tower verstecken! Jo! Alter! Da! Hm! Häh-häh-häh! Unten ist Miss! Die letzte Schlampe! Immer, ne? Ja! Sind wir da! Kann sein, dass Amumu zu euch runterkommt! Das ist mehr doof! Ja, ich wollte auch eben warnen, aber das ging nicht! Die lassen mich nicht dahin! Äh, ja, ich kann ja... Ähm, was weiß ich nicht! Alter! Wieso hat er schon sie? Äh, weil du keiner hast vielleicht! Ich komme! Ich komme! Äh, Yoshi! Go Yoshi! Go Yoshi! Die hinten! Ja! Töte der ist! Töte der ist! Töte der ist! Töte der ist! Komm, 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 komm! Ah, fuck! Hat er doch gerade eben schon eingesetzt, oder nicht? Hey! Stump! Nice! Du willst mir insidieren oder was, ne? Hi! How are you doing? Du, kommst du nicht! Popal! Oh! Wir drehen das noch! Oh, das ist ein Feld! Natürlich! Alter! Ich hab gleich nen Panther! Mit einem Stun! Ich hab kein... Oh, fuck! Renn, 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 renn! Nein! Ich hab so weit gerannt! Den hättest du so oder so nicht getötet! Freis, aber trotzdem! Einfach nur, dass das wurde doch nicht getötet! Komm, mach doch die Tower gut mit, hallo! Ja, na gut! Leichter weg! Leichter weg! Leichter weg! Ich find Teric so viel Normal-Stand macht! Okay, du machst auch nicht viel mehr mit Lux, aber... Mehr! Hauptsache mehr! Ich wollte unseren Tower verteidigen, haben jede Tank-Lux, guck dir mal deren Items an! Ich geh gut weg! Und auch nicht! Von mir auch! Ja, der... der Nunu... Ja, da ist wieder der Ward! Nunu ist... Ja, sie lassen uns einfach jetzt auf den anderen Lanes helfen gehen! Ja, ich mach'n Backpot! Ja, ich mach'n Backpot! Alter, ich schaff'n Kill! Ich auch! Fuck! Ja, was hast du jetzt? Ach, verdammt! Ich wollte die Kloster bauen! Keine Flüge, was soll denn der Schauer? Sorry, sorry, sorry! Junge, wir spielen hier LOL! Nein, wir spielen hier meine Kraft! Ich dachte, wir spielen Sinn! Nein! Ich spiele... Ich spiele Anno! Also, mal hier! Alter, BTF Pool! Wo kommt dieses Schleißschleife? Was soll denn das nur? Schleißschleife! Fuck me! Mann! 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 ausgefahren werden die 1.30 Uhr hallo er ist es gelten lassen aber das ist was erweilte der macht schaden richtig schaden hallo hallo in der Unwärts Leute in den jetzt kommt es nicht dran in um es ist am Arsch wird auf und auf und auf die Lernierer für den gebraucht haben für einen perfekten Küken der von Anteil und dann geht oder ane ich kann noch ein bisschen zwingen ja man muss jetzt wieder das nur noch aufgrund ihrer die da wird hier ich fange der Nähe vor sich ja das ist die Hälfte der Teele die Töte den Prozess alles meiste alles meinte alles mein verdienst ja und siehe schon weiter Töte das Töte das Ich liebe es, wenn ein Plan kommt. Ich liebe es, wenn ein Plan kommt. Ich liebe es, wenn ein Plan kommt. Wo ist denn der? Dino? Vorsicht. Ja, ich sehe das. Es ist ein Stückchen. Ey, da unten ist ein Set. Lass ihn mal töten. Bleib hier oben, Zinn. Ja, der läuft einfach nur weiter. Das ist die Bedeutung wie Permablo-Bruppern. Wer? Loll, unser Kampfer wieder. Die Weckentwicklung kriegt den S-Büßel nicht. Ja, Junge, aber weglaufen kann ich auch nicht. Ach, da kommt der Lobseiten. Ich tipps hier unter. Oder? Ja, ich tue. Ja, ich tue. 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 Alter Schwede, wie viel Schaden rum. Da ist er. Da ist er Mumu. Da ist er Mumu, da ist er Mumu- äh Nunu meine ich. Nicht Er Mumu. So, BTF. Abklingt zeitig. Anscheinend nicht. Ihr verdient. Ihr verdient auch das Spiel. Jolo aber nicht. Jolo. Halte die Fresse. Jolo. kommst dann was kann Fischer ach fuck you, du kleiner Stricher du Pennerstricher? was ist das denn für eine Beleidigung? kleiner Stricher auch noch klein ja, 25 Gold uuuuh komm, dick party ja, Junge, türen wir noch und lasst natürlich ja, wir können auch den töten, das merke ich egal ja, lauf an dem einen vorbei Mann da ist der Talon, den wollte ich töten ja, hör doch, der kommt da eh ja, du kleiner Stealer ja, du kleiner Stealer noch ein Stealer lol alter, das kann doch nicht sein das kommt mit ja, meine Presse, ey was habt ihr mit dem gemacht, ey alter, der ist halt auf AP ein wenig er kann auch schaden alter, der ist nur mal viel zu viel Schaden ach, der hat aber auch nur Magie durchdringen und du hast noch kein bisschen Magie-Resistenz, würde ich das Spiel auch nicht denken doch, musst du jetzt ab jetzt musst du denken einfach aus Prinzip guck mal, der SPS ist tot also oh Mist, ich hab das nicht auf der Aufnahme last hits so, jetzt aber, jetzt gibt's das Maul den hole ich mir, den Spaten ich hab einen Blue-Buff da ist noch einer oh, ich brauch den uuuh, zwei last hits ich brauch den, ich brauch den ich brauch den, ich brauch den verlaute, der leuchtet der leuchtet oh, halt dieser Wichser da ist nur noch zwei Stück oder so egal sorry, 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 lass den Tower pushen ich hab keinen Kill, das ist echt unfair für mich also, ich hab schon drei ah, ha, ha, ha nicht witzig alter, die muss vom Tower an okay, ich auch den Tower, auf den Tower, los der auch nur einmal kurz hat die Schaden und dann macht der erstmal 10 Sekunden nichts mit oh, ouch ne, tschöne geht weg, alter Scheiße, sorry weißt du was, weißt du was stürm einfach ja, ganz heil doch nicht selbst ey, der hat mich gehielt ich wollt grad sagen, ich hab ihn geheilt, er hielt er sich immer mal ganz kurz auf Toilette oh, Alter, ich weiß nicht aber hey, es steht 25, 25 inzwischen ey, hey das ist ja fast schon ein Erfolg ey, das Nuno, das Nuno, das Nuno ich hab' immer 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 da war' nur Brot äh, hier steht, das sollte schneller laufen ja, ich bin unterwegs, das ist ja irgendwie möglich, das ist ja mal langsamer ja, bleibt da stehen ja, es funktioniert sogar es hätte funktioniert ja ja, warte kurz, warte ja, warte kurz, warte ja, warte kurz, warte ja, warte kurz, warte was zur Hölle war das mhm, die Ulti von Amumu war irgendwie useless so, da bin ich wieder lass mal Drachenstilen gehen wir können das wir können das wir können das machen das Nuno nicht nein, zu zu langsam zu langsam zu langsam sie kommen jetzt alle sie kommen jetzt alle es ist mir egal, ich schau einfach hier drüber ich aber nicht ne, tust du gar nicht ich war und tot er hat mich gehört, ne auf dich hört man doch nicht ich sterbe ich da auch nein Lugzold, luugzold laut, luugzold luugzold alter, will der mich verarschen, um zu schreien jetzt kommt er wieder drauf kleiner Pisser den töten wir jetzt mal bitte, ja? Ey, soll ich einen Hundenball back kaufen, oder hat das schon jemand? Nein, das hat keiner und das wird auch keiner kaufen Warum nicht? Ich kann das doch kaufen, oder nicht? Ja, solche, außer dir Komm, halt mal den S fest, wenn du den kriegst Jetzt kommt gleich von hier rechts Oder auch nicht Wer jetzt keiner mehr drin ist, kann ich einfach hier rein dartschen Ja, genau, so Kann ich dem Typen hinterher aus Ey, es wird gleich gepackt Nee Ja, du Glücklicherweise mit meiner Ulti Was denn der? So, gut, 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 gut Nein, Leck, du nicht jetzt? Da, der Fug Wohin rennt her? In seinen Tod Alter, was ist das doch? Alter, was ist das doch? Lolo Lolo Das kommt günstig Nein! Witzig 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 Ich hab' das nur mal so Ah, warum? Mann, 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 was wollen die eigentlich alle? Fangen ich jetzt mal ganz alles kalt ab Oh, scheiße, sorry, ich hab wieder ein Kill bekommen Fuck Wir sind jetzt zurück worden Ja, der ist schon weg Ja, der ist schon weg Das ist weg jetzt Oder der macht unseren Jungle Nee Aber wir machen deren Tower Das wäre unser Das wäre unser Das wäre unser Das wäre unser